Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Doch. Geh'ab'ne. Wenn du hierherst möchtest will ich. Geh'ab'ne. Diahan! Wie du siehst? Wie du siehst? Geh'ab'ne. Geh'ab'ne. De Woman. Oh, 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 oh. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Nein, geht nicht. Das war meine Kinder. Bitte. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geh. Kommt nicht näher. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geh. Gebt eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Weg mit dem Abschaufen. Halt, redet jetzt doch nicht. Ihr dürft hier nicht passieren. Ihr habt nichts hinzusuchen. Jetzt. Schön, euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tariq etwas gesehen oder gehört. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Gut, bitte. rabbit, seid du Geld für mich? Ich will sie sich dabei, Herr Dritt! Wer Hurler be лайkt. Hast du es, bitte! Nein, nein, nein! Ich will dich tomorrow. Ich will dich... Gebt ihm du mi fatorsküm! Ich will dich, dass du hast! Du Sachen hier bin, ich will dich verkaufen! Du bist! Geht da oben! Du bist것end! Das war's für heute. Das war's für heute. Dich krieg ich schon noch. Er wird sich noch verletzen. Friede sei mit euch, Meister. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Hilfe! Bitte, helf! Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Zunere, çekil. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Hürsüzsak mannen Cezası, Glünder. Hürsüzsak mannen Cezası, Glünder. Hürsüzsak mannen Cezası, Glünder. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Hürsüzsak mannen Cezası, Glünder. Ist er verrückt geworden. Hürsüzsak mannen Cezası, Glünder. Sieh, Blünder. Geht's Sooner. Hinslie National. Wir haben noch nicht. Unsere Kinder werden nochừng. Was ist vorgefallen? Wie er könnte das geteilt werden? Er hat jemand vorgelegt! Achtung für Tarek! Achtung! Ach, was war ihr? Achtung! Zur Seite! Helfe, Achtung! Wer war ihr denn, Bezünder? Ungläubige! Ich bin nicht am liebend! Seht auf! Er kann nicht fliegen! Hör mal auf! Hör mal auf! Vier wird nicht im Kopf! Provider vor. Es gibt keinen Ausweg, er ist am Ende! Achtung für Tarek! Ja, sicherlich! Die Hände seien Streusen zu bewahren. Ignoranz, Grausamkeit, Wahnsinn, wir müssen standhalten. Wir müssen die Pante auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Geh jetzt zurück, das mag er haben. Gepriesen sei Salah Raldin. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. Den Zügen zieht der englische König mit seinem Heer von Gläubigen. Und hinterlässt seine Spur des Schreckens. Die Waffe, die in die Ausnehmen geht. Die Waffe, die in die Waffe, die in die Waffe zu retten. Bete das Gott. Gepriesen sei sein Name. Mit uns sein wir. Auf dass er uns den Sieg schenkt. Der flieht doch vor etwas. Was ist denn in ihn gefahren? Er? No. Der flieht. Gib uns den Himmels. Ja. Der flieht dann. Er ist nicht. Dann schüfft mir. Er ist nicht. Der flieht dann. Er ist nicht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Geht nicht so, du ein Verwünschen, meine Kinder. Geht so. Tretet jetzt zurück! Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Scherder, KV! Scherder, KV! Scherder, KV! Ich habe doch nichts Falsches getan. Ich habe Besseres zu tun.